Wenn Anton aus Gmund am Tegernsee mit seinem Bruder und den Eltern auf dem Spielplatz herumtobt, würde niemand glauben, dass er mit einem schweren Herzfehler zur Welt gekommen ist, an dem er noch vor wenigen Jahrzehnten kurz nach der Geburt hätte sterben müssen. Also er ist eigentlich wie wahrscheinlich jeder aufgeweckte, kleine, freche Lausbuk. Der geht in den Kindergarten, der ist integriert, hat viele Freunde, kann sporteln. Der ist eher sogar der, der immer ein bisschen noch schneller und noch wilder und unnachgiebiger und sturer irgendwas durchsetzt. Also ein wilder Kerl. Bereits während der Schwangerschaft stellen die Ärzte fest, Antons Herz fehlt die linke Kammer, die das sauerstoffreiche Blut aus der Lunge in den Körper pumpt. Seine Eltern müssen entscheiden, ob sie das Kind zur Welt bringen und sich damit auf drei komplizierte und riskante Operationen einlassen wollen. Man hört so in sich rein, mit was könnte ich leben? Könnte ich damit leben, ich breche die Schwangerschaft ab oder wir brechen sie ab? Oder kann ich besser damit leben, vielleicht für längere Zeit auch ein sehr krankes Kind zu pflegen? Ohne, dass alles andere kaputt geht, dass auch der Große zu viel leidet oder wir zu viel leiden. Es waren schon viele, viele Fragen und mit der Familie haben wir uns dazu entschieden, wie es auch immer ausgehen wird oder wie das Kind auch sich entwickelt. Wir probieren es. Die Chirurgen am Deutschen Herzzentrum in München müssen Antons unterentwickeltes Herz so umgestalten, dass es den Körper dennoch gut versorgen kann. Bereits fünf Tage nach der Geburt wird Anton zum ersten Mal operiert. Im Alter von fünf Monaten und von knapp zwei Jahren folgen weitere Eingriffe. Wenn man jetzt zurückschaut, überlegt man sich schon, wie hat man es überhaupt geschafft. Aber irgendwie funktioniert man so ab der Geburt von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde, von Woche zu Woche. Wir haben auch ganz, ganz viel Unterstützung von der Familie und von Freunden erfahren. Und das trägt einen irgendwie durch die Zeit. Also man hat schon sehr, sehr viel geschafft. Und man überlegt sich schon, würde man sowas überhaupt nochmal schaffen. Also es ist schon heftige Zeit. Die Eingriffe gelingen. Anton erholt sich schnell. Er muss nur noch selten zur Nachkontrolle ins Münchner Herzzentrum und wächst nun auf wie ein gesunder Junge. Zur Freude der Eltern und der Ärzte. Anton ist einfach ein ganz toller Patient, bei dem alles ganz rund läuft. Und man kann eigentlich sagen, dass Patienten wie Anton eher mehr zur Regel werden als zur Ausnahme. Weil eben sich die Medizin, die Forschung entwickelt hat. Niemand kann heute vorhersagen, wie gut sich Antons Gesundheit langfristig entwickelt. Wegen der neuartigen Operationsverfahren fehlen den Medizinern die entsprechenden Erfahrungen. Doch Antons Eltern leben nicht mehr in Angst und Sorge, sondern in Dankbarkeit für das Erreichte und in Zuversicht auf die medizinischen Möglichkeiten von morgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017